Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch das Fensterchen Nummer 11 des Bauhaus-Adventskalenders und wie es skizzieren hier Christian Dell. Tipps rund ums Zeichnen und Perspektive, all das was man als Zeichner braucht, findet ihr in unserem Buch 100 Geniale Zeichentricks zu erwerben auf der akademiehoop.de Seite und alles rund ums Gewinnspiel zum Weihnachtskalender auf unserem Instagram-Kanal akademiehoop. So, wir skizzieren hier das Ganze komplett mit einem Bleistift vor, wir die groben Gesichtszüge als erstes, ganz grob, also die Proportionen, wo sich die Augen, wo sich die Nase befindet und natürlich ist das als erstes nur eine kleine Vorskizze, die wir dann perfekt mit dem Bleistift eigentlich so fast übers Papier gleitet, skizzieren. Wen wir hier skizzieren, ist hoffentlich bekannt, das ist Christian Dell, ursprünglich ein Silberschmied, war Lehrer für Industrie-Design und Meister am Weimarer Bauhaus und zu ihm gehören ganz, ganz, ganz viele bekannte Objekte. Eins davon haben wir natürlich in unserem Weihnachtskalender skizziert. Ihr müsst es dann später natürlich auch zuordnen, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Wir freuen uns sehr, dass ihr so viele nette Kommentare, so viele Sachen uns zuschreibt bezüglich der Porträts. Wir möchten euch immer helfen, schöne neue Videos, neue Porträts zu skizzieren. Schaut immer dabei, dass ihr als erstes natürlich die Grundlagen lernt. Das ist wichtig, weil viele fragen uns wohl, weiß ich jetzt, wie ich jetzt das Auge zu zeichnen habe. Ja, das ist das, womit man vielleicht als erstes beginnt. Aber entscheidend ist die Proportion. Natürlich zu wissen, wie ein Auge ausschaut, wenn es müde ist. Zu wissen, wie das Auge ausschaut, wenn es groß, klein ist, asiatische Augen, europäische Augen. Also das sind so Merkmale, Details, die man dann später erarbeitet. Aber im ersten natürlich, im wichtigsten, sind generell die Proportionen zu wissen, wie breit ist das Auge im Verhältnis zum Kopf, zum Mund, zur Nase. Und das sind alle Sachen, die ihr bei uns im Kurs lernen könnt. Und wir haben Kurse, die wir speziell für Porträts, für Architektur, für Figürliches haben. Schaut am besten auf unserer Seite akademie.ru.de und dann habt ihr auch die Möglichkeit, euch eventuell auch auf einen Zeichenkurs bei uns zu besuchen oder euch auf ein Studium mit eurer Mappe zu bewerben. Dafür bitte auch auf mappenvorbereitungskurs.de schauen. Das ist ein ganz kleiner Schnellporträts, was wir euch zeigen. Im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass ihr am Ende etwas gewinnen könnt. Deshalb viele Erklärungen sind hier nicht, wie in anderen Videos, die wir haben. Aber wir können euch einfach mal zeigen, was möglich ist, in wenigen Minuten, wenn man sich gerne mit Porträts zeichnen beschäftigt. Ja, wir sind jetzt schon am Ende. Das war Christian Dell mit einem coolen Bleistift vorskizziert, ausgearbeitet. Und wenn euch das gefallen hat und ihr vielleicht Interesse an einem kleinen Online-Kurs habt, dann schaut unter onlinekurse.akademie.ru.de oder auf unseren Seiten akademie.ru.de. Da haben wir alle Infos für euch zusammengestellt. Und ansonsten viel Erfolg und Glück bei unserem Weihnachtskalenderspiel. Bis dann, euer Academy World Team.